Meine scheiß Kavade ist kaputt. Den habe ich jetzt mit Gaffa gefickt. Und ich baue beim Friseur. Ich sehe jetzt wieder richtig sexy aus, oder nicht? Moin Mädels! Moin Jungs! Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Bus Simulator. Wusstet ihr eigentlich, dass ich auch andere Videos auf diesem Kanal hochlade? Guckt die bitte! Also die sind wirklich cool. Wir sind ja natürlich jetzt hier dabei. Den ganzen Bus Bums. Bus Bums. Wenn man es andersrum sagt, dann klingt es nicht gut. Weil wenn man Bums Bus... Cut! Wir müssen jetzt hier noch die 85% benutzen. Und mir wurde in den Kommentaren verraten, man kann alle Busse immer belegen. Mit Mettwurst, mit Mortadella, mit Scheibenkäse. Aber auch mit einem weiteren Fahrer. Und das machen wir jetzt mal, indem wir jetzt einfach einen neuen Angestellten noch einstellen werden. Gut, wir brauchen... Wir brauchen eine neue Angestellte oder einen neuen Angestellten. Und dann gehen wir natürlich nach ganz einheitlichen Kriterien. Flatt Kaisers. Ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes. Ist ganz und gar verrückt nach Katzen. Weg. Es nervt! Schreibt mir doch mal einen Liebesbrief auf Instagram. Äh, hier ist ein Bild meiner Katze. Hat dir bestimmt noch nie jemand geschickt, ne? Was ist denn, Mautzi? Fühl dich angesprochen. Fühl dich angesprochen. Dein Scheiß-Katzenbild. Piss dich. Wasch dich. Du stinkst. Sorry, der ist kurz mit mir durchgegangen. Ich würde jetzt hier den Flatt einstellen. Flatt Kaisers. Hier im Arsch. Heute ist ein nationaler Feiertag. Mehr Leute werden den Bus mitnehmen als üblich. Welcher Feiertag ist heute schon wieder? Ja, heute ist Welthundetag. Wau, wau. Bussi, 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 Bussi. Man sagt zu Katzen auch mal. So, P für Feststellbremse. Das ist, glaube ich, Parking Break oder so, ne? Nicht, dass es wieder heißt, Kalle, I steht für Ignition. Das weiß man doch. Bruder, ich habe seit 100 Jahren Führerschein. Wir haben noch nie im Feuer gebaut. Wurde nur einmal in meinem Leben geblitzt und einmal ein Dings für Falschparken. Ich bin ein absolut sicherer Fahrer. Bei mir passiert da gar nichts. Weißt du, wie ich meine? Ich bin ein absolut entspannter Typ. Bei mir ist auch nie... Ah! Schneiden wir raus. Gut, dann würde ich sagen, fahren wir los. Hast du schon mal Ehre in deinem Arsch gehabt? Arsch gehabt. Arsch gehabt. Ehre in den Arsch hinein. Ein, ein, in den Ö, I, A. Moin Mädels, moin Jungs. E-Bims, euer Fahrkartenkontrolleur. Ihr wollt ja alle den neuen Bus-Simulator-Song haben, nicht wahr? Dann müsst ihr aber schön mal auf ein Abonnement drücken, hier, ne? Abonnement-Button. 451.000 geschafft. 49.000 fehlen da aber noch zum Erfolg, nicht wahr? Nochmal schön reindrücken hier, weil ihr habt alle das Gefühl, ihr könnt hier umsonst mitfahren, ne? Aber ist nicht. Ihr abonniert jetzt, damit es klar ist. Oh nein, ich habe sie vergessen. Aha! Nicht abonniert. Das war mir ja wieder klar, ne? Alter, so ein Party-Bus würde ich übelst gerne mal fahren. So ein schöner Party-Bus, weiß ich nicht mal. Alle vorglühen. Ich auch. Er, ihm, er, ich, mir, er, sich, weiß ich nicht mal. Es gibt ja auch diesen ganz berühmten Spruch. Lass mich fahren, da können wir alles auf. Moin Mädels! Äh, moin Jungs. Absolut pünktlich. Ja, danke, Digga. Danke sehr. Ja, gerne. So. Mann, heute macht's auch Bock. Bei mir ist doch nie... Ah! Kleine Durchsage für alle, die jetzt hier im Bus sitzen. Gibt's hier vorne im Kühlfach ne kleine kühle Überraschung, ne? Könnt ihr euch mal schön Fläschchen abholen. Geht aus Haus, ne? Geht auf Bus heute. Viel Spaß. Ich bin einfach einer der besten Busfahrer der Nation, ne? Ich bin pünktlich. Ich bin fahrsicher. Da gibt es doch keine Diskussion. Ich bin der einzig wahre Kacu-Kaleku-Scheiße. Und ich pimp dein Bus-Erlebnis. Oh, da war jetzt auf einmal kein... Oh, wir wurden geblitzt. Naja. Wir sind ja auch blitzschnell, ne? Also. Ich bin ja tatsächlich im Real Life ein absolut astreiner Autofahrer, ne? Seit siebeneinhalb Jahren bin ich hier unfallfrei. Ich hab noch nie einen echten Unfall gebaut. So. Ach, hör auf. Aber dann muss man auch mal investen. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Hat's gerade geblitzt? Ja, ja, ja. Das sind dazu ein paar Dinge, die wir verlieren. Aber XP-technisch und Money-technisch. Würde sich das auszahlen, das sag ich euch. Nicht immer an die Verkehrsregeln halten. Bedeutet auch, an anderer Stelle machen wir Gewinn. Beispielsweise, wenn wir uns einfach den ganzen Tag nicht ans Gesetz halten tun, gewinnen wir einen Schlafplatz für umsonst. Und zwar im Gefängnis drinnen. Absolut pünktlich. Danke sehr. Irre, Digga. Ey, wie freundlich die zu mir heute sind, ne? Ich kann mich gar nicht aufregen, selbst wenn ich wollte. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Leute. Ne? Macht nicht zu wild. Und Oma? Tschüss. Ja, genau, ne? Nicht so wild. Was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker, aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Nächster Halt, Arbeitergarten. Es gibt halt Tage, an denen hast du gute Laune. Und dann kommt eine Person und nimmt dir alles, ne? Nimmt dir die Laune. Nimmt dir die Würde. Nimmt dir die Würde. Ich kann das Wochenende kaum erwarten. Es ist Sonntag, du kleine Pissbirne. Ich kann das Wochenende... Die ist auf den Sonntag. Um 22 Uhr ist sie hier im Bus. Auf den Sonntag. Und freut sich aufs Wochenende. Während ich hier Spätschicht schiebe, damit die ihren Mors nach Hause bekommt. Wie undankbar kann ein Mensch sein? Ich hab so ne Krawatte. So ne Krawatte. Wow, perfekt geparkt. Ja, verpiss dich. Ist ja wieder vorbei mit guter Laune hier. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Halt dein Maul. Wochenticket. 12 Euro. Alles klar. Wo ist die Frau? Wo ist die Frau? Du warst das, ne? Gruyère, Vougère, Mmeer, B-B-B-B. Ist mir alle scheiße geraten. Hier ist kein Sprachkurs. Verstehst du das, du alte Schabröcke? Danke. Ja, ich bin's, ne? Ich seh gut aus. Ich seh gut aus. Jedenfalls, ne? Das tut nicht genau, dass du hier so ein Lärm machst mit deinem Gesabbel. Also holen wir da mal gleich den Nothammer hinter dir und dann ist hier aber Notfall. So, jetzt aber schneller. Und ich würde so gern bei Brustimulator anrufen und die fragen, ob die noch alle Latten am Zaun haben, ne? Amputiert. Da kann man sich doch mal bei der Übersetzung ein Funkenmühe geben, oder nicht? Hauptsache Schlaglöcher im Spiel haben. Aber Christina amputiert. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hör auf. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich hab dir gesagt, dass du die Schnauze halten sollst. Sie haben meine Fahrkarte schon gesehen. Ich sag doch gar nichts. Wie oft wollen Sie die denn... Hier ist die Fahrkarte. Oh. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Ich hasse Katzen. Scheiße, ich streiche mich, erfütter mich, du bist ein Arschloch. So sind Katzen nämlich. Genauso. Die Katzen heulen nur rum, dass sie was zu fressen wollen, dass du die streichelst, dass du dein Maul halten sollst. Das ist undankbar. Lieber einen Hund holen. Immer wenigstens... Rausgehen. Cool. Essen. Wow. Wow, du streichelst mich. Wow. Wow. Das sind Hunde. Und Katzen. Du... Das sagen die. Oh nein. Ich hab sie vergessen. Und dann noch die Black 3. Was hier? Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Mouncy. Oh nein. Ich hab sie verloren. Wir haben sie, ne? Wir haben sie hier mit dem Mittelfinger. Ich fahre mit dem Bus vorbei und ich fühle mich jetzt super geil. Ehre in den Arsch hinein. Hey, was machen Sie so? Tja, ich war mal Banker. Aber das hat sich nicht mehr ausgezahlt. Halt bitte dein Maul. Ehre in meinen Arsch. In meinen Arsch. Was ist heute eigentlich für ein Feiertag? Das freu ich mich auch. Aber das sind immer die Fragen, die uns wirklich interessieren. Weißt du, wie ich mein? Was ist eigentlich für ein Feiertag heute? Und ich sehe euch jetzt schon in die Kommentare. Heute ist Montag. Ja, ich hab's gestern aufgenommen. Ihr Pisser. Ich werde ja hin und wieder immer gefragt, ob ich mal ein Fantreffen machen würde, ne? Ich glaube, was ich machen würde, ist, ich würde mir einen Bus mieten, würde einen Führerschein dafür machen und würde einfach mit so 30 Leuten einen Tag Bus fahren. Das wäre Special... Special Richt. Richt. Hier ist die Fahrkarte und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Maunzi. Ich hau dir gleich so eine aufs Maul, dass dir aber wirklich die Ohren richtig glühen, ne? Wer hat dich denn überhaupt... Wer fragt denn die Leute überhaupt, ob die diese scheiß Haustiere haben? Hier ist die Fahrkarte und hier ist ein Foto meiner Katze. Sie heißt Maunzi. Das ist die nächste Person, die am Ohrfeigenbomb rüttelt. Weißt du, wie ich mein? Sieh zu, dass du Land gewinnst. Augenblick da. Hier, bitte. Yeah! Hier ist die Fahrkarte. Oh. Und hier ist ein Foto meiner Katze. Welche Sprache soll ich dir noch sagen, dass du dein Maul halten sollst? Ja, wenn du deine scheiß Karte zeigen willst. Ich halte das im... Ich halte das im Kopf nicht mehr aus. Mein ganzes Leben ist vollgekatzt. Soll ich dir ein Foto von meiner Katze zeigen? Mir fehlen gerade wirklich die Worte. Sie fragt ungefragt. Ich habe nicht mal nach einer... Hatte Dingsbums gefragt. Nach der Fahrkarte. Dann ist das hier wieder so voll. Wieso habe ich einen Fußgänger? Würde sich das auszahlen? Das sage ich euch. Ich versuche ja wirklich gute Laune zu haben. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Ich versuche wirklich gute Laune zu haben bei dem Game. Ich sitze 10 Minuten mit den Leuten hier im Bus. Und ich habe sowas von die Faxen dicker. Mir tun alle Busfahrer so leid. Weil die nur Scheiße fressen den ganzen Tag. Dieses Spiel sorgt dafür, dass ich Katzen hasse. Danke, Astragon, dafür. Ich habe eigentlich mal überlegt, eine Runde zu fahren. Wo wir da hier keine Unfälle haben und nichts. Aber jetzt ist mir das auch alles schon wieder Latex hier. Ich hatte wirklich gute Laune am Anfang. Hier schön Partybus und alles. Und dann am Ende, gib mir das hier schon wieder alles auf den Senkel. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Ich habe Ihnen. Sie haben. Sie haben. Sie haben. Wie. Sie. Wie. Wie. Habe ich Ihnen schon gezeigt. Wie. Wie. Klar. Ich. Klar. Ich. 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 Wie. Sie haben meine Fahrkarte. Klar. Ja. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gehabt. Ja. Wie. Wie. Ha. Ha. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Halt doch mal die Schnauze jetzt. Raus hier. Wieso sind denn jetzt auf einmal meine Türen verriegelt? Werden hier rumgefummelt? Seid ihr noch bei Trost oder war? Weg. Jetzt hat das wieder Geld gekostet. Ich flipp aus, ey. Nächster Halt. Nordspunk. Soll ich mal jetzt hinten auf? Kein Bock mehr. Schneller. Ich habe einen Termin. Halt doch mal die Fresse. Au. Ich habe vergessen, die Blumen zu gießen. Fällt dir jetzt nachts um drei ein, oder was? Oh. Ist das kalt heute Abend. Wenigstens ist der Bus geheizt. Es nervt echt, wenn man für eine ausländische Firma arbeiten muss, obwohl hier Feiertag ist. Junge, dann wärt doch Hartz-IV-Empfänger. Dann musst du doch nicht mehr arbeiten. Geh mir nicht auf den Pist mit deinem Scheiß, Alter. Da kommt eine Bodenwelle. Das nenne ich die perfekte Parkposition. Stopp habe ich gesagt. Nee, also, entweder fährst du oder... Als ob ich den berührt habe. Mann, der soll doch mal Gas geben da hinten. Oh, ich will gar nicht wissen, was ich jetzt hier schon wieder an Miese habe. Oh, nee. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christina. Was dir das selber nicht reilt auch, ne? Dass das Inzest ist, was ihr da macht. Das verstehe ich nicht. Das muss man doch mal merken. Dass man mit seiner Schwester... Ich nehme nicht an, dass sie jedes Mal die Fahrkarten kontrollieren. Okay. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Augenbl... Klar. Klar. Na klar. Hier, bitte. Hier, bitte. Augenblick. Augenblick. Ich dachte, ich hätte eine gekauft. Sie hat gerade gesagt, dass sie denkt, die Fahrkarten werden nicht kontrolliert und dann wird geabonniert und in den Arsch, ne? Weißt du, ich meine? Ehre. Lass ich mir doch nicht zweimal sagen, so ein Blödsinn, ne? Oh, ich kann meinen Schlüssel nicht finden. Ich kann aber meinen Stinkefinger finden. Nächster Halt. Media Center. Alter, der fährt doch einfach nicht weg! Bitte alle aussteigen. Wie kann man so ein... ...so sein? Wir haben ordentlich Level gemacht. Zwei Leute getönet? Weiß ich nicht. Wo ist das? Wir haben trotzdem ein bisschen Plus gemacht, ne? Das müssen wir auch mal sehen in der Firma drin. Ausgezeichnete Arbeit. Ich wusste das. Oh, und bevor ich's vergesse, als kleinen Ansporn haben sie einen strammen staatlichen Zuschuss versprochen. Also ich bin hier immer noch auf 75 Prozent. Irgendwas krieg ich hier nicht hin. Bitte sagt's mir. Tschüss. Wir haben uns im Firmen完 detailed. Bis dahin.